Du hier? Nicht schlecht. Hab eigentlich damit gerechnet, dass die Schatten mit dir kurzen Prozess machen. Aber du scheinst die Dinge ja im Griff zu haben. Du! Dein Gesicht erkenne ich unter Tausenden. Mendoza? Hätte nicht erwartet, noch einmal auf dich zu treffen. Ich könnte dich auf der Stelle erwürgen, du räudiger Hund! Ja, ja. Es gibt Dinge, die Vorrang haben. Äh, was ist los? Du kennst mich? Kennen ist vielleicht zu viel gesagt. Aber ich kenne deinen Auftrag. Ich habe jetzt schon zweimal die Welt gerettet. Jetzt ist es dein Job. Du hast was? Nicht so wichtig. Ich beobachte dich schon seit einiger Zeit. Und du bist ganz schön herumgekommen. Wer zum Geier bist du? Sagen wir einfach, ein Freund. Verrate mir nur eins. Woher kennst du Patty? Sie ist meine Schwester. Ah, natürlich. Jetzt macht das alles Sinn. Tch, ich dachte immer, der alte Stahlbart hat nur Töchter. Warum interessiert dich das? Wenn man sich auf seinen Reisen mit den Titanen anlegt, verpasst man das ein oder andere. Du hast gegen Titanen gekämpft? Ja. Sie machen es einem nicht unbedingt leicht. Vor allem nicht, wenn man ihnen ans Leder will. Dann hat man besser einen großen Stiefel dabei. Hm. Ja. Das ist die richtige Einstellung. Dir brennen doch sicher ein paar Fragen auf den Lippen. Ich bin zwar etwas in Eile, aber schieß los. Woher kennst du meinen Vater, Kapitän Stahlbart? Das ist eine lange Geschichte. Abgesehen davon, dass er mir ständig die Rumpfvorräte weggesoffen hat, half er mir, die Titanen-Lady Mara zu bezwingen. Er half dir? Nach allem, was ich weiß, ist mein Vater bei dem Versuch draufgegangen. Tja, du weißt ja, wie das mit euch Stahlbart so ist. Euch wird man so schnell nicht los. Du kennst Patty? Deine Schwester und ich haben schon viel zusammen durchgemacht. Sagen wir einfach, dass sie und ich die gleichen Interessen haben. Die da wären. Abenteuer, Leute verprügeln und viel rum. Verstehe. Warum arbeiten wir nicht zusammen? Das tun wir schon. Jeder für sich auf seine Weise. Ich kann dich zwar nicht begleiten, aber glaub mir, wir kämpfen auf derselben Seite. Und wenn du weitermachst wie bisher, bist du auf meine Hilfe auch nicht angewiesen. Erledige du deinen Job mit den Schatten. Dann werden wir vielleicht bald ein gemeinsames Projekt haben. Hast du keine Angst vor den Schatten? Angst nicht, aber Respekt. Sie sind mies drauf und können Ärger machen. Aber du weißt ja, was zu tun ist, wenn jemand Ärger macht. Ich habe keine Fragen mehr. Gut, dann schlage ich vor, wir saufen uns ein und dann muss ich weiter. Hm, klingt gut. Sehr gut, dann zeig mal, was du drauf hast. Hoch die Tassen. So jung kommen wir nicht mehr zusammen, mein Freund. Mann, der kann saufen. Ohne Weil jetzt auch wieder everyone bist Deutsche